Die Vorfreude ist jetzt schon sehr, sehr groß. Es war ja lange genug Zeit, dass sich das aufstaut und jetzt geht es endlich los und ich freue mich schon richtig, wenn ich drüben nachher wieder baddeln kann. Als Teil der großen Spieler jetzt zu sein, jetzt weg von den Jugendspielen, ist natürlich cool. Das ist einfach ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Wir haben ein paar super Sachen dabei und ich freue mich, dass wir jetzt das Gewand schon bekommen haben. Da will ich ja gleich anreisen und ja, hat alles super geklappt. Unglaublich ein cooles Gefühl und es ist wie so ein kleiner Shopping-Tag oder? Nein, es macht unglaublich viel Spaß und es sind echt coole Sachen und zeigt man sich voll. Der ganze Qualifikationsprozess war sehr hart für mich und körperlich und mental unglaublich anstrengend, vor allem die letzten eineinhalb Jahre. Die Erleichterung war einfach riesig jetzt nach der zweiten Qualifikation. Die Erleichterung fast noch größer als die Freude. Stolz drauf. Cano Slalom ist ein wunderschöner Sportart, deswegen bin ich happy, dass wir weiterhin im Olympischen Programm sind und das macht einfach etwas ganz Besonderes schon teilzunehmen an den Olympischen Spieler, weil bei uns einfach die Teilnahme-Kriterien sehr sehr hart sind und umso stolzer ist man nachher, wenn man dann mit den fünf Ringen am Start stehen darf.